was geht ab freunde der nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren runde von horizon zero dawn wir wissen noch gar nicht was wir so genau machen nein quatsch schau mal kurz aktiv die hauptmission wären welche machen wir mal später aber wir haben so viele nebenmissionen ja dass wir diese erstmal in anspruch nehmen würde ich mal sagen vielen dank auf jeden fall fürs zuschalten ich hoffe es macht euch genauso viel spaß wie mir jetzt wollen wir mal gucken ob wir reisen können die ist verreisen wie man dort hin ja je nachdem wie lange die folge wird Heimer vielleicht noch eine Mission dran mal schauen aber ich finde ich nehme ich gerne mit zu die ganzen nebenmissionen dürften auch recht spaßig sein so war es auf jeden Fall bei der davorigen und ansonsten haben Freitag starte ich ein neues Projekt schaut da gerne auch mal rein sagt mir auch mal was ihr zu meinem Projekt Intros haltet also ich werde es auch so machen dass ich nur Gameplay zeige gar nicht mehr so das Intro war es am Anfang und dann Prozent Prozent was ist denn das da oben müssen wir da entlang ich hoffe nicht die Mission heißt die Mission heißt Jägersitzer ein Moment mal kurz was war kurz noch was einstellen für mich Jäger okay 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 ähm bleibt du mal schön weg glaube ich in die falsche Richtung wir haben uns so geschockt wir sollten mal schon die falsche Richtung gelaufen auch nicht schlecht ich wollte mich verarschen und der verliert Energie finde ich ja prinzipiell gut harte aus harte aus in die falsche Ruhe nein fuck oh 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 alter oh oh ich habe keinen Bock auf das oh 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 Oh, was schießt denn das? Das kann ja auch noch schießen, das scheiße. Gegen dem warst du mal gar nichts. Huch. Ja, crazy shit auf jeden Fall. Crazy shit, weil ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ja. Lagerfeuer entdeckt. Gehen wir dort auch mal hin. Heilige Makrele, oder? Ei, ei, ei. Was soll man denn gegen so einen machen? Ich stelle mal schnell, ich weiß nicht, wir sind hier einmal dran vorbei. Na, wir müssen auf jeden Fall wieder gut looten. Wegen unserer Energie. Müssen wir den Medizinbeutel wieder füllen. Okay, Jägersitz. Wir kommen. Ja, heilige Scheiße, war das ein Wächter, oder? Meine Fresse. Meine Fresse. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Kein Wunder, dass hier keiner ist auch, ne? Da kann ich wahrscheinlich von da oben den Jump runter machen. Hier ist auch nochmal ein Leuchtt, äh, Feuer. Lagerfeuer, Leuchtfeuer, wollte ich schon sagen. Das wird doch langsam Zeit. Boah. Was? Was? Was für grau habe ich? Muss ein grau habe ich sein. Ein griebiger Rauchjäger. Der Schatten soll uns nicht besiegen. Fuck, Mann. Boah. Guter Treffer. Boah. Was geht denn hier ab? Was zur Hölle geht denn hier ab? Ach, ich habe auch nur einen Jägerfall. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ich hätte einen besseren. Okay. Okay. Oh, der Sonne. Oh, ah. Da kommen noch mehr. Wie, da kommen noch mehr. Wo denn? Boah, das war ein guter Treffer. Wir sind auch recht flink unterwegs. Mein Gott. Okay. What the fuck, Mann. Alter. Down. Ja. Ei, ei, ei. Ist da einer abgestürzt, oder? Nee. Oder? Doch. Down. Shit. Schauen wir mal. Gibt es hier noch Loot? So. Was ist das? Was gibt es denn hier? Warum ist denn da so ein Viereck? Da oben. Ach, das kann ich nur hier mitmachen. Okay. Notizbuch. Okay. 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 Angriff der Graue habe ich da. Legs mir auch mal. Ein Händler wäre ganz nett. Dann würde ich das Freude kaufen. Das sollte es wohl gewesen sein. Es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenwacht bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Es scheint, sie kommen vom Fluss aufwärts. Ich könnte nach dem Ursprung suchen, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf. Du gehst los. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. Heia. Finde die Ursache der Angriffe. Der Graue habe ich da. Ja. Bin ich ein Falkner oder... Palim, Palim. Wo ist mein Händler hin? In diesem verfluchten Dorf gibt es keinen Händler. Hier ist schon wieder so eine Kiste angezeigt. Ah, ich lese es mir mal in Ruhe durch. Ach, warum gibt es denn hier keinen Händler? Ist doch Kaka. So, wohin müssen wir denn? Ach so, ein kleiner Weg nur. Hm, hm. Da ist ja so einer. Dunkelkiefer. Ah, okay. Okay. Okay, okay. Ja, machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. Nein, gehen wir hier runter. Und ab, Seilection! Nicht schlecht, oder? Ja, es ist drauf, definitiv. Ja, und muss auch noch ein Kaputt auch. Grau habe ich sein. Komm schon. Wir brauchen Kräuter. Oder Blumen, oder was auch immer. Oh, da ist ein Schweinziehen. Fuck. Du bist doch schon eigentlich K.O. Haben sie ja schon nicht schlecht gemacht, dass... Beute am Hang ist, dass man... Also, dass die abrollen. Das ist schon nicht schlecht. Nervig, aber nicht schlecht. Müssen wir langsam. Ne, da ist schon wieder einer. Ja, okay, da... Gut, dass wir da nicht lang müssen. Ja, wir holen uns ein bisschen Loot. Das machen wir noch zusammen. Gehen bis dorthin. Und dann beende ich diesen Part. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Natürlich. Ist uns jetzt schon nützlich. Kräuter, Blumen. So, du, du, du. Mehr Grau habe ich da. Oh. Alles klar. Denn sind wir angekommen. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Supportet das Ganze weiterhin so. Das wäre echt nice. Hau rein.